Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mungdesleep im letzten Teil nach zehn Ringen das zweite Puzzleteil gefunden eingesetzt und jetzt gucken wir mal wo wir hin dürfen hat sich das Bild hat die Frau im Bild bewegt wird's nichts wir müssen da rein wenn wir mal wiederfinden wollen hoppala müssen wir hier rein wo sind wir hier oh das ist echt ich stehend hier das ist nicht schön gibt's da was oh da ist ein Zettel oder ein Bild das kann ich nicht sehen schade wo muss ich landen oh danke die Tür geht schon auf das ist freundlich auch nicht oh die quetschen hier alle so da freut sich jedes nicht nur zweijährige jeder und nicht nur jedes zweijährige Kind kann man die aufmachen gehst du auf geht nicht auf weil es so schräg steht oder ja oh gehen wir mal ins Bett ah ja die Gitter die Gitter hier kennen wir ja schon machen wir mal auf na komm runter dann riechen wir wieder durch die Lüftungsanlage hier oder was ist oh 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 was ist das was ist das Schuhe nur Schuhe nur Schuhe ohne jemand drin ok wir gehen mal hier weiter gehen wir mal hier hoch vielleicht sehen wir dann mehr gar nicht aufs Bett ah wo ist denn hier eine Tür oder was auch nicht mal ich kleide zum Motor und ein Fenster ja nee da ist eine Tür ok dann brauchen wir mal den Hocker glaube ich weil ich nicht so groß bin geht ihr auf oder geht ihr auf ah ach ich quitschen alle hier wie Sau oh nee da geht's ins Tiefe was ist das ach was ist denn das ist das die Frau ist das ein Baum etwas von ja hellerringes Baumbad allerdings glaube ich zweijährige haben es noch nicht so mit hellerringes Baumbad komme ich hier an mit einfach mal vielleicht kann ich den wegtun den Stuhl nein kann ich natürlich nicht komischerweise aber dann müsste ich ja so an die Tür kommen und dann schütteln oh nee 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 ja klar jetzt sind wir auch noch wieder draußen boah ich seh nichts hallo wie wärs mit ein bisschen Lichterbär oh 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 da da ist ein Loch geht's da runter ok ich bin auf jeden Fall noch nicht tot dann müssen wir mal ok kann ich schon wieder ja ich kann noch nicht auf zwei ach da ist der Brunnen da ist der Brunnen da ist der Brunnen hier ist der Brunnen und da glitzert was oh da glitzert unser huah Puzzleteil hoffentlich bin ich stark genug um das Teil hochzuziehen kann man vielleicht ist ja obwohl da war Wasser im Brunnen wenn ich es nicht gesehen habe hallo ich bin zwei ich kann ja nicht den ganzen Tag kurbeln ah du Dickenhaus ist es schon oben? oh es ist schon oben was ist da noch drin? ein Schlüssel ok vielleicht hier vorne für das Tor mal gucken ja da muss auf jeden Fall ein Schlüssel rein halt ok dann kann man hier durch dann komme ich hier wieder zurück in das Haus um hier das Puzzleteil abzu... oh da hinten läuft nein 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 nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut Schei... sagt man nicht als zweijährlich ich weiß nicht nicht hier hoch um mal zu gucken ist hier was zum rausnehmen auch nicht witzigerweise stehen überall Möbel hier im Wald drin wo ist denn das Haus jetzt? wo ist das Haus? das ist nicht das Haus kann ich hier lang? was ist das? ein Bild ein von mir gemaltes Bild ich würde gerne einfach nur das Puzzleteil ablegen aber es sieht nicht so aus als wenn ich gerade die Chance hätte schlöten dieser Wald voller Möbel hier ein fass ein fass ein fass nicht ein fass ohne Boden es hat Boden wo geht es denn hier in das Haus zurück Leute 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 hier ist Wasser hier geht es nicht du möchtest als zweijähriges Kind hier nicht rumlaufen das ist eins was Fakt ist oh man hier ist eine Brücke wir müssen mal ein bisschen den Turbo einschalten wenn es hier schon so mächtig unheimlich ist okay mal weg mit dem Brett also da müsste man vielleicht aufstehen geht nicht warum geht es nicht gib mir doch mal das Brett hier geht doch aber nicht jetzt und was klopft hier Leute das ist nicht schön was ist das was klopft hier das liegt ja hier rum Alkohol so P naja gut hier sind noch Fässer können wir das benutzen hier ja hier klappt was an die Tür ich gehe nicht mehr raus ich ha das war mein eigener Schatten ich krieg die Krise da draußen läuft was kann mich verstecken kann das hier rein kann das hier rein kann S hier rein nein S kann hoffentlich nicht hier rein aber wenn S da draußen läuft kann ich auch nicht hier raus das ist nicht gut gibt es einen anderen Weg hier raus klar doch natürlich nicht nö da können wir nichts weg machen hier können wir nichts weg machen und hier geht nichts hoch sauber ich muss da wieder zurück das ist nicht gut wo ist dieses was auch immer es war geblieben oh das klopft hier ah kann ich hier lang ne wasser 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 ganz schlecht ganz schlecht ganz schlecht ganz schlecht wo geht's hier weg was Oh was klopft hier von wo bin ich gekommen ich brauche jetzt gar kein In-Game Herz klopfen weil das mache ich selber gerade Das ist nicht gut, wenn es so hell wird, oder? Also, normalerweise schon, wenn es schön hell wird. Scheiße! Was war das? Mann! Ah! Shit und tot! Mist! Was war das? So ein Mist! Ich will nach Hause! Da gehen wir nicht mehr hin, da ist es hell geworden. Oh, nee, Leute! Das ist nichts für Baby. Wo komme ich denn hier wieder raus aus dem Elend? Ich glaube, da habe ich jetzt echt massive Probleme. Oh, nee, da wo es hell ist, gehe ich nicht hin. Baby bleibt im Dunkeln. Ah, das ist eine Tür, das ist ein Zaun, das ist eine Tür, eine Tür, eine Tür, eine Tür, eine Tür. Da habe ich doch einen Schlüssel, oder? Komm, sag einfach, ich habe einen Schlüssel dafür. Aufmachen. Hoch! Ich habe das Gefühl, das kommt schon wieder. Schneller. Ach, shit! Mann! Was? Double Death. Mist! Wie komme ich da hin? Ich muss da hin. um Geschwindigkeit Neneeneeneene Wo war die Tür jetzt? Da hab ich den Zaun verpasst Wo war dieser blöde Zaun jetzt? Wo war die blöde Tür? Jetzt bin ich 100% falsch Jetzt hab ich mich aber mächtig verbranzt Wo ist diese Tür? Wo ist diese Tür? Ich kann nicht schneller hier kommt schon wieder das Licht Oh ne Ich glaub jetzt bin ich mächtig auf der Flucht Oh da kann ich nicht lang Danke für das Gespräch Alles was hell ist ist im Zweifelsfall für mich jetzt erstmal schlecht Wo war denn diese? Da bin ich hergekommen Da kann ich nicht lang Ich hab jetzt vergessen wo die Tür war Voll lauter Tod hier Oh da wo hell ist ist nicht gut eigentlich Oh da wo hell ist war Oh Tor näher, was auch immer sie ist. Und jetzt, einfach... Ah, ich will den benutzen. Nein, das glaube ich jetzt nicht, dass mir die Tür zufällt. Oh Mann, ich will hier raus. Ich hab doch den, oder? Raus, 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 raus. Oh Gott, das ist aber auch kein schöner Weg hier. Egal. Ja, ich glaube, das ist das Haus. Oder? Hoch. Komm, hoch. Nee, das gibt's doch nicht. Hey, da muss man schnell sein. Das ist nicht fair. Ich bin 2 Jahre alt, wie soll ich rennen? So, ey. Okay, wir gehen auf alle 4. Krabbeln ist schneller. Hey, du da. Nee, 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 nee hier rein, ich springe hier rein wenn es sein muss. Oh ne, ich bin aber irgendwie, wo bin ich denn jetzt? Doch, da bin ich richtig. Weg, 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 weg. Oh ne, wieso bin ich jetzt? Wieso kann ich jetzt? Oh, mal hier hoch. Weg, weg, bevor hier das Elend noch mal kommt. Ich will da raus, ich will da raus, ich will da raus. Hallo, wieso komme ich jetzt nicht raus? Puuu. Das war jetzt nicht lustig. Das war jetzt nicht schön. Okay. Puzzleteil Nummer 3. Ja klar. So, alle drei Puzzleteile drin. Weiter geht's im nächsten Teil von The Mung des Lieb. Denn ich glaube, ein Kleinkind braucht etwas psychologische Beratung und Ruhe. Also bis dann. Tschüss. ganz Series. Abs Zustand .